Das alte Gymnasium ist die älteste Schule der ehemaligen Residenzstadt des Großherzogtums Oldenburg und heutigen niedersächsischen Universitätsstadt. Oldenburg Geschichte Das alte Gymnasium zu Oldenburg wurde 1573 von Graf Johann als Lateinschule gegründet und 1792 von Herzog Peter Friedrich Ludwig reformiert. Seit 1815 war es Hort und Zentrum humanistischer Bildung im Oldenburger Land. 1878 wurde das neugotische Gebäude am Theater Wallelf errichtet und 1927 um den Turm erweitert. Die Mauern blieben beim Schulbrand am 3. März 1998 weitgehend verschont. In Mitleidenschaft gezogen wurden aber die Aufbauten aus den 1970er Jahren und die historische Aula mit ihrem Wandmalereien und Deckentefelungen. Sie konnten im Jahre 2001 wiederhergestellt werden. Auch wurde die alte Dachkonstruktion rekonstruiert, die 1971 durch den Aufbau der Dachgeschosse verändert worden war. Den heutigen Namen erhielt die Schule 1957. Herausragende Schüler Der Staatsbürgermeister der Stadt Oldenburg Heinrich Kranstöver, der Theologe Rudolf Karl Bultmann, der Landesjustizminister Peter Cäsar, der Schauspieler Klaus Könnecke, der Medienmanager Bernd Schipphorst, der Orientalist Timmernagel, der Altphilologe Niklas Holzberg, der Schriftsteller Klaus Mudig, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kuba Hans-Ulrich Lunschken, Dietrich Klevemann, Verwaltungsjurist und Abgeordneter in Oldenburg. Heute, die ehemals für die Oberstufe benutzen Räume der Villarunstraße werden inzwischen für die Mittelstufe verwendet. Bei der Villarunstraße handelt es sich um die ehemalige bayerische Gesandtschaft, zu dem erhielt die Schule ein Neubau, der an der Westseite des Schulhofes errichtet wurde. Der am 16. November 2007 in Betrieb genommene Neubau umfasst neben neuen Kunst- und Musikräumen auch eine Mensa. Das alte Gymnasium ist eines der fünf allgemeinbildenden städtischen Gymnasien in Oldenburg. Es steht in humanistischer Tradition und bietet aufbauend auf das englische, latein, französisch und spanisch Unterricht an. Schüleraustauschprogramme bestehen mit Schulen in Frankreich und Polen. Es bestehen Kontakte zu weiteren Partnerschulen in Israel und Indien. Das Logo des alten Gymnasiums, das eine Frontalansicht des Hauptgebäudes zeigt, wurde vom Kunsterzieher und Germanisten Harry Schäfer entworfen und gezeichnet. Das Holocaust-Mahnmal vor der Aula wurde vom Kunsterzieher und Ethiker Heinrich Gode entworfen, die grüne Farbe versinnbildliche, wie er in einem Artikel im AGO Jahrbuch 2002 darlegt. Das Prinzip Hoffnung, der Historiker und Wirtschaftsdidaktiker Karl-Josef Burkhardt, der den Wirtschaftsunterricht am alten Gymnasium als bundesweit erstem Gymnasium initiierte, war von 1981 bis 2012 Lehrer am alten Gymnasium. Ebenso wirkte dort bis 2003 der Literaturwissenschaftler Universitätsdozent und Übersetzer Peter von Düffel, der Vater des Schriftstellers John von Düffel, Besonderheiten des Lehrplans. Das alte Gymnasium bietet als einziges Oldenburger Gymnasium das Programm Latein plus Englisch an. Der in der Grundschule begonnene Englischunterricht wird bereits in Klasse 5 durch Lateinunterricht ergänzt. Außerdem ist er es das erste Oldenburger Gymnasium, das eine Streicherklasse anbietet, wobei in dieser auch ein Kontrabass gespielt wird. Von Klasse 7 bis zur Klasse 9 wird ein Wahlpflichtkurs Wirtschaft und Informatik angeboten. Als einzigem Gymnasium Niedersachsens wurde dem alten Gymnasium Oldenburg vom Kultusministerium des Landes die Berechtigung erteilt, das Fach Wirtschaftslehre auf erhöhtem Anforderungsniveau zu unterrichten und als drittes Prüfungsfach zuzulassen. Wirtschaftslehre ist somit durchgängig von Klasse 7 bis Jahrgang 12 im Angebot. Trivia In Kai-Erik Fitzners 2015 erschienen im Debüro-Roman Willkommen im Meer ist der Protagonist Tim Schäfer zuerst Schüler, dann Lehrer des AGO, das hier nur leicht verfremdet als Alexander von Humboldt-Gymnasium dargestellt wird. Die Schüler kiffen, die Lehrer sind meistens Alkoholiker und zum Schluss gelingt es Schäfer mit Hilfe seiner vermögenen Schwiegermutter, die Schule zu kaufen und endlich in eine Gesamtschule umzuwandeln, wo Schüler selbstbestimmt lernen können. Möglicherweise war der Autor früher Schüler des AGO.